Wanted. Was sich anhört wie aus einem Wild-West-Film, ist leider in vielen Betrieben inzwischen Realität. Fachkräfte werden händeringend gesucht, vom Auszubildenden bis zum Silver-Ager. Während die Babyboomer langsam in Rente gehen, bleiben ihre Stellen einfach unbesetzt. Doch welche Auswirkungen wird das haben? Was bedeutet das für die gesamte Wirtschaft? Und wer soll die Digitalisierung in den Unternehmen eigentlich umsetzen? Mein Name ist Sonja Müller, ich leite den Bereich Fachkräftesicherung im RKW-Kompetenzzentrum und ich werde Ihnen heute erzählen, wie wir Sie bei der richtigen Fachkräftestrategie unterstützen können. DigiScouts ist für mich ein spannendes Thema gewesen, weil wir dadurch letztendlich aktiv die Digitalisierung mitgestalten und aktiv die Veränderung mitgestalten. Das DigiScouts-Projekt ist ein gutes Beispiel, wie wir arbeiten. Azubis digitalisieren Ihren Betrieb. Gemeinsam mit Ihnen finden wir neue Wege und Lösungen für Ihren Betriebsalltag. Unsere praxisorientierten Entscheidungshilfen stellen wir jedem Betrieb online kostenlos auf unserer Website zur Verfügung. Hier finden Sie außerdem Beiträge zu aktuellen Themen, inspirierende Praxisbeispiele und Informationen über aktuelle Projekte. Sie wollen keine News mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Treffen Sie uns persönlich, live und in Farbe, in Unternehmenswerkstätten, bei Messen und Veranstaltungen sowie Vorträgen. Wir freuen uns immer über eine Nachricht von Ihnen. Über das Kontaktformular können Sie unsere Expertinnen und Experten direkt erreichen. Es gibt viele Stellschrauben, um Fachkräfte zu finden und zu halten. Wir unterstützen Sie dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017